um die bookings app in microsoft teams zu aktivieren gehen wir auf die drei punkte geben in die suchzeile einfach bookings ein und finden hier auch schon die entsprechende kachel für die app das ganze müssen wir jetzt hier einfach nur mit hinzufügen bestätigen und schon haben wir hier unsere kachel mit bookings die wir natürlich anheften können da ich schon ein terminplan erstellt habe muss ich um einen weiteren zu erstellen hier oben auf den namen dieses plans gehen und einen neuen buchungskalender erstellen habt ihr noch kein erstellt ist das die übersicht die ihr erhalten werdet als erstes geben wir natürlich oben unseren firmennamen ein und hier haben wir dann eine kleine liste aus branchen bereichen aus dem wir wählen können nun müssen wir natürlich noch mal eine e mail adresse einfügen damit wir dann auch später mit unseren kunden kommunizieren können und eine telefonnummer und mit speichern erstellen wir das ganze nun nun ist unser buchungskalender erstellt und über diese option können wir dann auch noch mal zwischen anderen buchungskalendern hin und her wechseln oder auch komplett neu erstellen so wie ich es eben gemacht habe als nächstes sollten wir noch weitere mitarbeiter hinzufügen und die petra nehmen wir auch noch hinein und nun haben wir drei personen die zu buchen sind wofür eignet sich bookings herz bookings ist eine möglichkeit um termine zwischen dem unternehmen und dem endkunden zu buchen zu planen das ganze können wir dann auch definieren auch preislich definieren sehr großen mehrwert bietet das für kleine unternehmen kleine beratungsagenturen kleine läden wie ein friseursalon nagelstudio da wäre es optimal weil dann kann sich jeder bequem über teams über eine app oder über eine webseite termine aussuchen buchen preishinterlegung ist auch gegeben so dass man dann schnell und einfach termine buchen kann nun springen wir einmal auf einen arbeitstag und wie ihr hier seht ist mein kalender auch mit outlook synchronisiert das heißt wenn ich termine in mein outlook kalender eintrage werden diese in bookings auch gleichzeitig geblockt und kunden haben nicht mehr die möglichkeit in diesen zeitraum ein termin hinein zu laden wenn wir jetzt einmal auf die drei punkte gehen können wir noch einstellungen eintragen und wie ihr hier seht kann ich die unternehmensart im nachgang nicht mehr ändern das heißt wenn ihr euch da entsprechend ein kalender anlegt überlegt ganz genau was ihr da haben möchtet weil sonst könnt ihr das nicht mehr um ändern bei den termin typen können wir noch weitere termine eintragen hier können wir die dann entsprechend auch noch näher beschreiben und eine termin erinnerung ist auch ganz schön da können wir einmal für den kunden etwas eintragen für meinen mitarbeiter dann können wir natürlich auch auswählen wie viele minuten wie viele stunden vor dem termin eine erinnerung per e mail geschickt werden soll und dann können wir das hier auch noch mal näher definieren und bei den mitarbeitern kann ich auch wiederum weitere mitarbeiter hinzufügen nun habe ich auch zwei möglichkeiten eine buchung vorzunehmen zum einen kann ich hier oben auf die neue buchung gehen dann bekomme ich das entsprechend hier angezeigt hier trägt der kunde einfach sein namen ein seine e mail adresse telefonnummer sucht sich ein zeitraum aus kann sich dann hier auch ein mitarbeiter aussuchen und natürlich eine notiz hinterlegen alternativ kann er natürlich auch einfach irgendwo draufklicken muss hier oben natürlich diese angaben ebenfalls hinterlegen der name ist schon vordefiniert notizen müssen auch noch hinterlegt werden und natürlich muss dann natürlich auch noch mal ausgewählt werden was es nun ist ist es eine erstberatung das ganze funktioniert natürlich nur dann wenn ich auch mehrere auswahl möglichkeiten zur verfügung gestellt habe doch der anwendungsbereich in teams ist nur ein kleiner teil das ganze funktioniert natürlich auch online und da möchten wir jetzt einmal kurz hineinschauen was wir dort noch für anpassungsmöglichkeiten haben nun befinde ich mich in meinem web browser und von hier aus kann ich auch gleich die bookings app öffnen wie ihr eben schon gesehen habt ist es ein outlook basierte system wir hatten kurz das outlook symbol gesehen und hier oben links haben wir auch wieder das outlook icon auf der hauptseite haben wir schon eine kleine übersicht über die aktivitäten der letzten 30 tage wir haben einmal eine übersicht wie viel buchung vorgenommen wurden wie viel umsatz wir ungefähr gemacht haben und wie viele kunden gebucht haben über die beratungsgespräche können wir auch eine auswahl an vorhandenen kalendern wählen wir können aber auch neue erstellen im kalender an sich haben wir nun hier die übersicht unserer mitarbeiter die für den kalender freigeschaltet sind und dort können wir natürlich auch die arbeitswoche oder uns den monat anzeigen lassen um dann auch noch mal zu schauen inwieweit die buchungen vorgenommen wurden auch haben wir eine kundenliste die wir selber eintragen und bearbeiten können genauso wie unsere mitarbeiter liste und bei den termintypen habe ich auch noch mal die möglichkeit weitere termine einzutragen dort lässt sich dann auch einstellen wie lange dieser termin standardmäßig dauern soll wir haben auch die möglichkeit einen preis zu definieren und noch weitere anpassungen vorzunehmen also das ganze kann recht komplex werden wenn man sich die zeit dafür nimmt das alles einmal vernünftig auszuarbeiten unter den unternehmensinformationen können wir auch noch mal daten zu unserem unternehmen hinterlegen auch die preisliche gestaltung die werde ich gleich mal auf euro anpassen wir haben auch hier die möglichkeit nutzerbedingungen datenschutzrichtlinien und natürlich unsere website zu hinterlegen unsere öffnungszeiten oder die zeiten in denen man uns buchen kann eher gesagt können definiert werden und natürlich auch ein logo hochgeladen damit das dann auch alles vernünftig und schön aussieht das eigentliche ist allerdings nun hier unsere buchungsseite wie ihr hier seht ist diese noch nicht veröffentlicht und diese können wir jetzt ein wenig anpassen wir können einmal ein farbschema uns aussuchen je nachdem was euch hier gefällt werdet ihr auf jeden fall fündig werden wir haben ein kästchen für die zustimmung der datenverwendung unserer kunden auch hier haben wir die möglichkeit einzutragen in welchen intervallen ein termin im vorfeld gebucht werden muss wir haben auch die möglichkeit einzustellen was denn der maximale zeitraum ist der genutzt werden kann um ein termin zu buchen hier wäre es jetzt ein jahr also könnte ich theoretisch heute schon ein termin für mit den nächsten jahres buchen auch die benachrichtigung per e mail können hier eingestellt und angepasst werden und die zeitzone auch also auch hier haben wir wieder einiges an möglichkeiten wenn wir sie denn nutzen möchten und nun auf speichern und veröffentlichen wird das ganze nun veröffentlicht hier haben wir einen link den wir teilen können das ganze können wir natürlich auch auf facebook twitter und per e mail verschicken also auch da können wir es sehr breit streuen aber wir möchten uns das ganze einmal anschauen und das wäre nun unsere kundenseite wo unsere kunden planungen buchungen vornehmen können wir haben hier unsere drei dienstleistungen die wir anbieten und wir gehen einmal hier in die zukunft wie wir jetzt hier sehen müssen wir natürlich vorher noch mal ein dienst auswählen und sobald wir das gemacht haben verändert sich hier auch schon die ansicht wir können nun uns einfach ein termin auswählen wir können hier die startzeit definieren wenn ihr hier oben seht eine stunde beträgt die standardmäßige beratung dann würde der termin bis 11 uhr dauern und hier haben wir dann auch noch mal die möglichkeit mitarbeiter für diesen dienst auszuwählen wenn einer dieser mitarbeiter nicht verfügbar wäre würde das hier auch drinnen stehen und dann müssten wir uns entsprechend jemand anders aussuchen und was ebenfalls noch ganz wichtig ist hier unten haben wir dann noch die möglichkeit unseren eigenen namen einzugeben e mail adresse damit auf jeden fall die bestätigungs mail verschickt werden kann und telefonnummer und adresse sind optional müssen nicht eingegeben werden die notizen sind auch optional müssen nicht eingegeben werden es wäre aber schön hier noch mal näher zu definieren was man denn haben möchte damit auch der berater sich darauf einstellen kann und mit buchen können wir das ganze dann abschicken was auch schön ist hier unten haben wir dann noch einen kleinen stempel mit der uhrzeit wir haben datenschutz und cookie bestimmungen was ja zur heutigen zeit sehr wichtig ist und wenn ihr noch euer logo und weitere informationen zu ihrem unternehmen hochladet wird das dann entsprechend auch hier auf der seite schön angezeigt werden also für alle diejenigen die direkt im kundenkontakt stehen kann dieses hier eine möglichkeit sein die termine schnell einfach und bequem zu planen ohne große telefon absprache wir können auch preisliche definition vornehmen und das ganze so aufbauen so zusammenbauen dass wir selber am wenigsten aufwand damit haben für kleine unternehmen ist das eine super möglichkeit kann aber auch durch die neuen features die neuen funktion auch für mittelständische oder größere unternehmen interessant sein sofern es dort natürlich auch den direkten kunden konnten kundenkontakt gibt und man kann alles natürlich auch preislich abstimmen und definieren hat hier dann noch eine kleine zusammenfassung und kann dann auch einfacher und schneller im endeffekt die rechnung stellen und dann und dann Untertitelung des ZDF, 2020